ich glaube es bringt jetzt ein bisschen ich bin mir nicht sicher, da sind so ein paar trocken, die da so runterkommen geil ich habe die Ecke zu machen ich habe die Ecke zu machen Ist nur eine kleine Huschel. Der richtige Regen kommt da an, wo er gebraucht wird. Ja, du verstehst schon. Pio. Boah, die Luft ist hammer.